Wir wollten die Fiesta-Treatment-Aguas-Residuales installieren hier in der Hotel Fiesta, weil der Hotel ein historischer Problem gehabt hat, weil es zusammen mit der Laguna der Nymphen liegt. Und es gab immer den Beweis, dass der Hotel Desechungen produziert und die Laguna zerbricht. Die Abwasseranlage des Hotels Fiesta bestand vorher aus einer einfachen Klärgrube. Und durch das Projekt, was wir gemeinsam mit ATB durchgeführt haben, wurden vier Tanks installiert. Die ersten beiden Tanks dienen der Vorklärung, der dritte Tank ist der Puffertank und im vierten Tank ist der Reaktor, der das Abwasser mit Sauerstoff befüllt und entsprechend reinigt. Wir sehen hier das Abwasser, was zentral gesammelt wird und hier in den ersten Tank eingeleitet wird. Und dieses Abwasser besteht aus Wasser von Toiletten, Duschen, aber auch Abwasser von den Waschmaschinen des Hotels. In dem biologischen Prozess wird das Abwasser gereinigt und erfüllt danach nationale und auch deutsche Abwassernormen. Es ist kristallin und geruchsneutral. Mit dieser Lösung von der Plante der Tratung von Residualen Pläne haben wir nicht nur eine Autogestung des Residuos, sondern wir können auch die Wasser, die aus dem ganzen Prozess generiert werden, und die wir wiederholfen können, um die Räume zu verwenden, um die Räume zu verwenden. Vielen Dank.